Jeder, der sich ein wenig mehr mit Minecraft beschäftigt hat, wird das folgende Problem kennen. Ihr wollt einmal zum Beispiel ein Minigame auf gomahd.net spielen, aber habt dafür wiederum nicht die richtigen Mods installiert, denn mit Shader spielt es sich nicht so gut und Optifine braucht ihr eigentlich auch. Doch wiederum wollt ihr auch einfach mal nur in Minecraft bauen, wo natürlich die Grafik ganz wichtig ist. Und dafür braucht ihr wiederum andere Mods. Und das Problem ist, dass ihr dann immer wieder in den Minecraft-Mods-Ordner gehen müsst und im Endeffekt die Mods hin und her sortiert und dann immer kopieren müsst. Und das ist auf Dauer echt nervig. Und dafür gibt es eine Lösung und diese nennt sich Instanzen. Und diese Instanzen ermöglichen uns Multi-MC und Multi-MC wurde geupdatet auf die Version 1.8. Mehr dazu gleich. Hey und willkommen zu einem neuen Tutorial von Minas07, heute zu Multi-MC. Multi-MC ist ein kleines Zusatzprogramm rund um Minecraft, welches Instanzen ermöglicht oder es generell ermöglicht Minecraft einfacher zu managen. Und um uns das anzusehen, gehen wir einfach mal auf den Link Multi-MC.org. Ich bin in diesem Fall schon auf dieser Website und lade mir jetzt für Windows die top aktuelle Version herunter. Wir warten einen kleinen Moment ab. Öffnen wir dann die ZIP-Datei, finden wir darin einen Ordner und hier wiederum die Multi-MC.exe. Diese öffnen wir uns mit einem Doppelklick. Hier sehen wir nun erst einmal eine kleine Auswahl. Und zwar müssen wir Java auswählen. Dort haben wir hier in diesem Fall bei mir zumindest verschiedene Variationen. In diesem Fall empfehle ich euch unbedingt, Java 7 zu nutzen. Mit Java 8 funktioniert das Ganze nicht. Und dann auch möglichst die 64-Bit-Version. Also in diesem Fall das oberste. Beginnen wir zuallererst mit einem kleinen Überblick über das Programm. Zuallererst haben wir hier unten die Information, keine Instanz selectet. Was das bedeutet, das schauen wir uns nachher noch an. Aber wir sehen hier schon einige Informationen zu den Online-Status der Minecraft-Services. So zum Beispiel, ob die Internetseite aktiv ist, ob die Account-Server laufen, ob die Skin-Server laufen, die Authentifikation gegeben ist und was es in diesem Fall mit der Session auf sich hat. In diesem Fall können wir das Ganze auch reloaden, um uns immer den aktuellen Status der Minecraft-Server anzusehen. Rechts oben unter Accounts können wir uns das Ganze einfach einloggen. Aber dafür klicken wir zuerst auf Manage Accounts. Und hier können wir jetzt zum Beispiel über den Button Add ein hinzufügen. In diesem Fall logge ich mich einfach mal mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort ein. Habe ich das getan, finde ich hier schon eine kleine Übersicht. Und zwar kann ich hier entweder den Account aktivieren oder deaktivieren. Das ist allerdings erst möglich, wenn hier mehrere Accounts hinzugefügt wurden. In diesem Fall habe ich aber nur einen Account und so ermöglicht uns Multi-MC neben dem Managing von Minecraft-Systemeinstellungen auch das Managing von mehreren Minecraft-Accounts, was ich in jedem Fall sehr, sehr praktisch finde. Und wenn wir möchten, dann können wir auch den Heinz-Huge-5 in diesem Fall einfach mal als Default setzen, so dass ich jetzt hier meinen Huko3010-Account immer normalerweise drin habe. Removen können wir ihn allerdings auch jederzeit. Nun allerdings haben wir uns hier rechts oben den Account hinzugefügt und haben jetzt hier weitere Optionen. Die sind aber noch grau, denn wir müssen uns eine neue Instanz erstellen und dafür werden diese Menüpunkte hier oben interessant. Zuallererst Add a New Instance oder wir können eine aktuelle Instanz, die wir schon erstellt haben, selecten. Wir können aber natürlich auch einen Instanzen-Ordner öffnen. Das schauen wir uns nachher natürlich noch an und auch einen zentralen Mods-Ordner ebenfalls. Aber die Grundlage ist eben eine Instanz. Eine Instanz ist praktisch eine Art Abteilung, denn eine Instanz kann zum Beispiel sein Minecraft mit Forge und eine Instanz könnte sein Minecraft mit Shadern. Und dann startet ihr zum Beispiel die Instanz Minecraft mit Forge, wenn ihr in diesem Fall nur Minecraft mit Forge spielen wollt und die mit Shadern dann ebenfalls, wenn ihr nur mit Shadern spielen wollt. Und auch die Einstellungen sind dann in diesem Fall wie mit einem Profilsystem immer übernommen. Jetzt in diesem Fall nennen wir diese Instanz doch auch einfach mal Minecraft mit Forge. Haben wir das getan, hat diese gleich einen Namen. Wir könnten hier ein Bild auswählen, zum Beispiel dieses Schicken hier, das sieht doch sehr sympathisch aus. Und auf der Version 1.8.1 ist das Ganze natürlich kein Problem. Unter diesen drei Punkten finden wir nochmal eine Übersicht. Unter anderem auch die Snapshots sind hier angezeigt. Das heißt also, wir können wirklich hier immer die aktuellste Version nutzen, wenn wir das möchten. Und natürlich auch die Liste jederzeit neu laden. Wir bleiben aber erstmal bei Minecraft 1.8, denn dafür gibt es momentan ja schon fort. Klicken wir auf OK und eine Gruppe gibt es in diesem Fall bisher noch nicht, deswegen brauchen wir das hier auch nicht wählen. Klicken jetzt auf OK und dann werden einige Dateien von Mojang heruntergeladen. Das kann einen Moment dauern, dann müsst ihr euch kurz gedulden. Und wenn wir jetzt hier einmal auf die Instanz klicken, dann seht ihr, sind die rechts erst grau gewesenen Optionen jetzt auf einmal schwarz hinterlegt. Und in diesem Fall sehen wir hier noch einmal den Namen. Wir können einfach Minecraft mit der Instanz selekten und ausführen. Wir können aber auch offline spielen, wenn wir das möchten und die Gruppe ändern. In diesem Fall haben wir die, der Instanz aber auch noch keiner Gruppe hinzugefügt. Wir können sie noch einmal bearbeiten und dann kommen wir in dieses Menü hier. Hier haben wir Minecraft 1.8. Könnten noch einmal die Version ändern, wenn wir möchten. Wir bleiben aber bei 1.8. Und wir können, und das heißt ja auch Minecraft mit Forge, nicht umsonst, wir können hier uns Forge installieren. Und das machen wir natürlich. Install Forge und dazu müssen wir uns ganz kurz gedulden. Und dann haben wir einen kleinen Überblick über die aktuellen Forge-Versionen. Und da wir 1.8 ausgewählt haben, haben wir ja auch schon wirklich ein paar Versionen zur Auswahl. Klicken jetzt einfach mal auf OK und dann wird Forge installiert. Und das wird uns auch gleich als neue Version hinzugefügt. Und wir können das Ganze jetzt hoch oder runter schieben, je nachdem wie wir möchten und je nachdem wie die Priorität geändert werden soll. Außerdem haben wir hier neben Install Forge auch die Möglichkeit, den Little Loader zu installieren. Der ist für manche andere Mods ebenfalls noch relevant. Und wir können auch einen Jar-Mod hinzufügen. Dafür habe ich mir auf dem Desktop einfach mal einen Mods-Ordner erstellt. Und hier finden wir in diesem Fall den Jar-Mod Optifine. Optifine einfach einen Doppelklick drauf gemacht und schon wurde uns Optifine hier in diesem Fall hinzugefügt. Geht echt einfach. Ich finde das super. Wenn wir möchten, können wir das Ganze natürlich auch hier völlig resetten und reloaden, je nachdem. Und dann haben wir in diesem Fall die Instanz schon einmal bearbeitet. Links finden wir jetzt noch Loader-Mods. Da können wir auch einfach mal auf Add klicken und uns weitere Mods hinzufügen. Aber in diesem Fall ist das nicht unbedingt nötig, denn wir haben Optifine ja erst schon implementiert. Haben jetzt aber hier in diesem Fall Optifine. Können das anhaken, weghaken, je nachdem wie wir das möchten. Auf Forge ganz einfach hier hinzufügen und dann auch aktivieren oder deaktivieren. Und natürlich auch wieder entfernen, wenn wir das Ganze nicht mehr möchten. Und der View-Folder werden wir direkt in Punkt-Minecraft und Mods weitergeleitet. Und hier werden dann auch direkt immer die Mods verschoben. Äh, das ist also alles kein Problem mehr. Unter Resource-Packs können wir uns natürlich auch ein Resource-Pack hinzufügen. Da habe ich aber in diesem Fall keins. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Das wird dann einfach hier reingeschoben. Und dann automatisch in den Minecraft-Resource-Packs-Ordner geschoben, wenn wir das Ganze dann möchten. Wer sich ein bisschen schriftstellerisch betätigen möchte, der klickt einfach mal auf Notes und schreibt da ganz, ganz viel in dieses wunderbare Feld hinein. Das ist einfach wunderschön, hier etwas reinzuschreiben. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt einfach schreibfaul und wir gehen direkt weiter zu Screenshots. Hier können wir nämlich zum einen Screenshots direkt hineinladen, wenn wir das möchten. Oder wir sehen eben hier einen Überblick über die Screenshots, die wir in der Instanz gemacht haben. Unter Settings, das ist nochmal interessant, können wir hier die Java-Installation wählen. Das haben wir aber schon beim Start des Programmes gemacht. In diesem Fall, ja, die 64-Bit-Version von Java 7. Das ist in diesem Fall alles richtig. Und wir können, das ist ebenfalls interessant, den Memory, also den Arbeitsspeicher einstellen. In diesem Fall das Minimum, was minimal also genutzt werden muss. Und dafür stellen wir das einfach vielleicht mal auf 1024, also genau einen Gigabyte. Und dann in diesem Fall haben wir das Maximum und das Minimum auf dem gleichen Punkt können. Aber das Maximum gerne auch nochmal ein bisschen hochschrauben, damit Minecraft sich hier wirklich ordentlich was an Arbeitsspeicher benutzen kann. Und dann haben wir hier ganz einfach schon den RAM geändert. Java-Arguments können wir hier nochmal eintragen. Das sind so Zusatz-Start-Parameter, die ich unter anderem auch im normalen Launcher habe, um manche Fehlermeldungen praktisch einfach auszublenden. Das machen wir in diesem Fall aber nicht. Wir klicken hingegen einfach mal auf Game, Wind & Doe. Und da haben wir hier in diesem Fall die Möglichkeit, Minecraft direkt maximiert zu starten. Das heißt also, dass es nicht auf diesem kleinen Bild startet, sondern wirklich gleich um einiges größer. Und wenn wir möchten, dann können wir das Ganze auch auf meiner Bildschirmauflösung machen. Das ist 1920x1080. Und wir können auch hier die Konsolen-Settings aktivieren. Das heißt also, wir bekommen wie beim normalen Minecraft-Launcher so einen kleinen Überblick, was gerade passiert. Und in einer Konsole bekommen wir das Ganze ausgegeben. Und hier können wir angeben, ob die Konsole auch laufen soll, während Minecraft gerade läuft. Und wir können die Konsole natürlich auch automatisch schließen, wenn das Game geschlossen wird. Eigentlich ganz logisch. Unter Custom-Commands können wir hier noch weitere Commands hinzufügen. zum Beispiel Instanzen Namen ändern. Da habe ich mich allerdings noch nicht weiter mit befasst. Und unter Other Logs finden wir für gewöhnlich dann auch noch die Logs von der Instanz. Das waren die Einstellungen. Und jetzt in diesem Fall möchten wir doch einfach mal ausprobieren, was diese Instanz denn so kann. Und dafür machen wir einfach mal Rechtsklick und Play. Und dann in diesem Fall Launch. Und schon seht ihr, wird Minecraft direkt noch einmal runtergeladen. Und nun sehen wir hier die Minecraft-Log-Datei. Und in diesem Fall sehen wir hier das Problem. Pick up Java Options XMX 512. Und diese Settings, die wir da eben getroffen haben, die sind nicht ganz legitim. Und in diesem Fall funktioniert das nicht. Also stellen wir die Settings mal ganz schnell zurück. Also wieder auf 512 und 1024. Und das ist eben das Coole an der Konsole, dass die uns praktisch direkt anzeigt, was falsch ist und was wir noch einmal verändern müssen. Und jetzt, siehe da, haben wir direkt die Forge-Peter-Version installiert und auch direkt Mods geladen. Das hat einwandfrei funktioniert. Hier finden wir zum Beispiel Optifine. Also sehr, sehr cool, dass das in diesem Fall ganz einfach funktionierte. Doch noch etwas ist anders mit diesem Instanzensystem. Für gewöhnlich drückt man ja Windows-Taste und R und gibt dort %AppData% ein, geht dann in Punkt Minecraft und kann hier einfach alles bearbeiten. Sieht jetzt bei mir schon ganz schön unübersichtlich aus. Aber MultiMC hat jetzt in diesem Parfell unsere Instanz Minecraft mit Forge einen eigenen Ordner erstellt. Und wenn ihr etwas ändern wollt, dann macht Rechtsklick, Instanz-Folder. Und dann haben wir in diesem Fall schon verschiedene Verzeichnisse. Minecraft mit Forge, dann sind wir hier in der Instanz Minecraft. Und hier haben wir die ganz normalen Einstellungen. Ist also alles gleich, nur dass es eben ein praktisch neu heruntergeladenes Minecraft-Profil ist. Und ich finde das Ganze ganz praktisch. Allerdings erst, wenn hier noch eine zweite Instanz hinzukommt. Dafür machen wir hier einfach mal Create-Instanz. Das ist unsere 1.8.1-Instanz. Die nehmen wir einfach mal neu, weil die Version dann noch so neu ist. Okay. Und dann wird auch diese nochmal ganz kurz heruntergeladen. Und nun haben wir in diesem Fall einmal die Instanz neu und Minecraft mit Forge. Einmal haben wir also Forge. Und wenn wir Forge nicht mehr möchten, dann haben wir in diesem Fall die neue Instanz. Wenn wir hier über dieses Ordner-Symbol den Instanzen-Ordner öffnen, dann sehen wir hier auch nochmal den Überblick. Und könnten hier auch direkt nochmal die Settings bearbeiten, so wie ich es euch erst schon gezeigt habe. In diesem Fall haben wir die Instanzen neu allerdings noch nicht einmal gestartet. Und deshalb gibt es da auch recht wenig Informationen. Doch zu guter Letzt geht es jetzt nochmal um die wichtigste Funktion von MultiMC. Und das ist dieses etwas unscheinbar aussehende Icon hier. Klicken wir einfach mal auf, dann bekommen wir diese Katze hier. Ist das nicht toll? Ich finde es super, oder? Das ist doch ein Traum hier in MultiMC. Die Entwickler haben also einen Sinn für Humor. Und wer noch mehr über Minecraft erfahren möchte und zum Beispiel wissen möchte, wie man Mods weiters einfacher installieren kann. Also zum Beispiel noch einfacher als mit diesem MultiMC-Installer. Der klickt sich einfach mal in unser Zuschauer zum Thema Mods einfach installieren. Oder ihr habt Lust mehr über ein Lautsprechersystem und in diesem Fall ein Lautsprechersystem von Creative zu erfahren. Dann klickt einfach mal in unser Review zum Creative T4. Jetzt bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß beim MultiMC. Und wenn ihr euch das Programm nur wegen dieser netten Katze herunterladet, ist ja nicht süß. Bis zum Ende. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.